Ich denke, dass gerade nach dem Ereignis gestern in München wichtig ist, gerade heute hierher zu gehen, um zu zeigen, dass man keine Angst hat, obwohl man natürlich mit gewissen Gefühlen hierher kommt, aber einfach zu zeigen, dass man sich von irgendwelchen Idioten nicht einschüchtern lässt. Und deshalb sind wir heute da. Ich fürchte mich nicht in Berlin. Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten mehr gefährlich sind als Europa. Aber mir scheint, dass Frankreich und Deutschland sind unterschiedlich. Hi, I'm here from Chicago, celebrating CDS. And it's not only about gay pride, it is about human rights. And that is what we celebrate here. If you're black, white, gay, muslim, christian, it's all important that we get along. And it's not about any of those issues except human rights. Okay, also ich sage zu meinen Töchtern immer, lasst euch nicht einschränken. Wenn irgendwas passieren sollte, dann ist es Schicksal. Lebt weiter euer Leben. Also ich finde, dieser Tag ist wirklich ein Tag, ein Zeichen zu setzen, dass wir Lesben und Schwulen es verdient haben zu leben. Und klar hatte ich Angst, dass wirklich hier ein Anschlag stattfindet. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen von den Radikalisten. Und wir müssen standhaft bleiben. Wir müssen standhaft bleiben. Und ich denke, wenn man eine Friede in Berlin hat, man hat eine Friede in überall. Es ist wirklich nicht wichtig, was die Situation ist. Es ist ein glückliches Ding. Und all die Dinge, die in der Welt passieren, wie Istanbul, Paris, Munich, jetzt. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir die guten Dinge erleben sind. Und wir sind glücklich. Und wir können nicht die schlechten Dinge auswählen. Wir müssen das alles gut machen. Wir müssen uns nicht vergessen, was passiert ist. Aber wir haben ein glückliches Event, also wir müssen das glücklich sein. Und wir müssen glücklich sein. Celebrate and let's not forget. All the best to Berlin, great city, I love you, we love you. Ich lasse mich davon überhaupt nicht aus der Ruhe prägen, wir wollen hier einen schönen Tag verbringen, schön feiern gehen und alles nicht schön was gerade so passiert, aber heute ist ein schöner Tag, wir wollen feiern. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eingeschüchtert bin, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich extra raus gehe zu feiern, sondern ich lasse mich davon jetzt nicht groß einschüchtern, weil ich trotzdem Spaß haben möchte und ich gehe einfach nicht davon aus, dass zum Beispiel bei einem Fest wie hier ein Anschlag passieren kann. Man sollte gar nicht erst solche schlechten Gedanken haben. Und wenn man es jetzt so sieht, jeden Tag könnte man sterben, man kann vom Auto erwischt werden und die Chance, dass es genau heute passiert, dass genau ich getroffen werde, ist so gering, dass ich mich von so einer Sache nicht unterkriegen lasse. Aber ich würde jetzt, ich gehe jetzt nicht hier hin, um zu sagen, ja, ich rebelliere gegen sie, sondern ich mache einfach, was ich will, weil, ja, weil ich mich halt nicht von ihnen unterkriegen lassen möchte. Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht einschüchtern lassen. Klar muss man immer Vorsichtsmaßnahmen nehmen, aber deswegen werde ich erst recht feiern, weil es geht einfach nicht klar, was die mit dieser Gesellschaft machen. Deswegen feiere ich jetzt erst recht und das ist mein Punkt. Ja, du bist dran. Also wie die schon gesagt haben, würde ich mich jetzt nicht dadurch einschüchtern lassen, aber man muss die Dinge auf jeden Fall mit Vorsicht angehen. Also man muss schon vorsichtig sein und auch achtsam drauf sein, was man sieht. Aber jetzt, wo man sieht, dass sie langsam ganz viele Anschläge verüben, müssen wir auch mal jetzt als Demokratie ein Zeichen setzen und uns nicht die Freiheit nehmen lassen. Nee, jetzt erst reicht für seine Rechte einstehen, für sein Leben einstehen und wenn es passiert, passiert es. Man kann es nicht verhindern und einfach bei sich sein und bei seiner Gruppe sein. Also ich finde auf jeden Fall Recht zu feiern, weil ich persönlich finde, wir dürfen uns jetzt nicht verstecken, sondern müssen jetzt erst recht zeigen, dass wir da sind und dass wir einfach was zu sagen haben. Wir sind genauso wie jeder andere Mensch und bestehen auf unsere Rechte. Das finde ich jetzt. Okay, so I'm from Toronto and I arrived in Berlin today. I'm happy enough to be participating in Pride and being from Toronto, Pride is a huge deal. So regardless of what's happening in other parts of the country, it's a very important thing for us to all unite, regardless of the attacks and different acts of brutality happening, us showing a united front of things at Berlin Pride and Toronto Pride, this is our opportunity to stand up and say we are one people. So this was what it is for me to be a part of Berlin Pride tonight. Thank you. It's as simple as this. Everyone got his own beliefs, his own reasons. So it doesn't matter what the society, what the religion imposed to every people. Alright? So I might get my own beliefs, my own religion, my own beliefs, but you free to do what you want. This is how society should be today. Thank you. I don't wanna, there is a lot of said, there is a lot of things to do, but I would make it short and small as this. I might get my own beliefs. I might like or not like some things, but then it's not about me. It's about you. You do what you want. Thank you guys. Have a lovely day. I don't have any anger about that. I think that these people, they need just to like, they're very ignorant. They need just to like, think about it, what they're doing. And so, and I think that people are here to celebrate life, happiness. I'm coming from the US. I'm from Argentina originally. I'm amazed at what is happening right now. Thank you guys. Thank you Berlin. I think it's important to fight for today and to show that there is no reason for terrorism or anything else to give enough chances. We fight for it. We are what we are. And we fight for it. And I think that something shows us, that we have to push us more on the front. Because we don't let ourselves from such a thing. We are not controlled by a minority of small people putting terror into the world. We are individuals that celebrate life and celebrate freedom and celebrate love. And we are out to explore the world and to explore other cultures. And Germany is amazing. Berlin is amazing. And we love it. We do. We do not fear you. We do not fear you. We do not fear you. No, bring it on. From Australia. Party on. My family is from Afghanistan. But I was born and raised in the UK. And I just believe in being open and just letting anyone be whoever they want to be and accepting everyone. So, I think, regardless of the way, if you are Muslim or Jewish or English or atheist, you just have to accept everyone for who they are. That's what I believe in. Thank you. So, my dear friends, here is the answer. Why am I here? I want to celebrate, celebrate, celebrate. And don't let me do that in this world, no doubt. My fear is zero. Celebrate, celebrate, celebrate.